In die Mülltonne! Habt ihr auch grad diesen kleinen Frechsack da gesehen? Das war ich! Und ich wünschte ich hätte schon damals ein bisschen mehr auf meinen Baba gehört, aber... Nobody's perfect! Ich will aus meinen Fehlern lernen und das auch irgendwie wiedergutmachen. Und weil mir mein Outdoor-Steam das letzte Mal so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir überlegt, dass ich euch wieder mit nach draußen nehme. Aber dieses Mal ist es ganz ohne Grund. Denn ich will Berlin ein kleines bisschen sauberer machen. Denn ich werde den kommenden Freitag am 30.04. um 11 Uhr einen Cleanup-Stream machen! Das heißt, ich laufe durch Berlin und versuche möglichst viel Müll einzusammeln. Wollt ihr mich bei der Aktion unterstützen? Dann schau einfach bei meinem Twitch-Kanal vorbei und... Ja, leistet mir ein bisschen Gesellenschaft! Leitag! Den 30.04. um 11 Uhr! Ich freue mich über jeden einzelnen von euch! Yeah! Boom! Das war über was! Wollt ihr? Ich bin so jung!